Hallo und herzlich willkommen bei AUSUS Gold und Silberminen. Heute mit einem Reality-Check zu der These, Gold versagt als Inflationsschutz. Ist das wirklich so? Es war ja nur eine Frage der Zeit, dass nach der doch relativ bescheidenen Performance des Goldpreises im letzten Jahr die ersten Schlagzeilen auch in der Presse, speziell in den Wirtschaftsmedien, aufpoppen. Und tatsächlich hat es nicht lange gedauert, bis auch die sogenannten Qualitätsmedien sich darauf gestürzt haben. In US-Dollar hatten wir sogar ein Minus zu verzeichnen, Euro im Henne ein Plus. Und was habe ich hier entdeckt bei der Tagesschau am 7. Januar? Warum Gold als Inflationsschutz versagt? Wow, das ist mal harter Tobak. Gold hat viele Fans, schreit man gerade unter Kleinanlegern, erfreut sich das gelbe Edelmetall großer Beliebtheit. Das zeige ich Ihnen auch gleich noch. Auch als Inflationsschutz. Doch Gold wird seinem Ruf, seinem guten Ruf, so gar nicht gerecht. Und dann zitiert man diverse Experten, warum das denn so sei. Unter anderem den Asset-Manager Mujamir Halinka von der AGFIF aus der Schweiz. Der sagt, Gold taugt definitiv nicht als Inflationsschutz. Aber keine Angst, wenn Sie jetzt Gold besitzen, Gold kaufen oder sich mit dem Gedanken tragen, welches in Besitz zu nehmen, also zu erwerben. Warten Sie ab. Es gibt aber noch andere Stimmen. Seine Begründung ist, bekanntermaßen ist der beste Schutz gegen Inflation Cashflow. Und Gold hat keinen Cashflow. Gold zahlt keine Dividende, keine Coupons und keine Zinsen. Man lasse sich das auf der Zunge zergehen. Keine Zinsen. Interessant. Ja, das ist völlig korrekt, was er sagt. Aber Gold hat deshalb einen Sinn in der Vermögensmixtur, weil es einen Wert in sich darstellt. Also einen intrinsischen Wert. Und eben nicht abhängig von irgendwelchem Cashflow. Also von der Solvenz oder dem wirtschaftlichen Wohlergehen Dritter. Wie dies zum Beispiel bei Unternehmen, bei Anleiheschuldnern oder bei Mietern der Fall ist. Daher eignet sich Gold vor allem in unsicheren Zeiten als Anlagebeimischung, auch in Zeiten erhöhter Inflation, wo die Marge einiger Unternehmen zwischen sehr hohen Inputkosten und nicht gleich analog weitergebbaren Preisen an die Kunden die Marge dazwischen zerrieben wird. Darüber hinaus schützt Gold vor negativen Cashflow und speziell natürlich Strafzinsen oder wie es im Neudeutsch-Sprech heißt, Verwahrent-Gelt. Das sparen Sie sich übrigens, wenn Sie Ihr Gold zu Hause lagern. Dann hat Gold sogar einen Zinsvorteil. Es gibt auch andere Stimmen, die sehr langfristig und historisch das Ganze sehen. So zum Beispiel den Ihnen vielleicht bekannten Uwe Bergold, Asset Manager von GR Asset Management. Der sagt, Sie können heute immer noch 300 Leib Brot für eine Unzu Gold kaufen und Sie haben die zu Christi-Zeiten bekommen. Ich habe es mal nachgerechnet. 300 Leib Brot bei knapp 1600 Euro. Da könnte das Brot 5,33 Euro kosten. Also Sie können auch 400 oder 500 Leib Brot heute kaufen. Das ist Kaufkrafterhalt seit 2000 Jahren ergänzt. Auch der Preis einer Tunika, das war ein damals übliches Gewand der Aristokraten, vor 2000 Jahren in Rom und eines guten Anzugs in der Londoner City heute, ließ und lässt sich mit einer Unzu Gold bezahlen. Wenn Sie mir überlegen, in britischem Pfund kostet eine Unzu Gold im Moment 1330 Pfund. Wenn Sie in die Threat Needle Street gehen, in die City in London, bin ich mir sicher, dass Sie jemanden finden, der Ihnen für 1330 Pfund etwas maßschneidert. Vielleicht sogar noch mit Krawatte dazu. Also man kann es so oder so sehen. Fakt ist aber, dass alle großen sogenannten Major Currencies, also die Hauptwährung gegen Gold, das sehen Sie hier, Gold ist die Benchmark, ist der Maßstab 100, verloren haben. Und zwar auch der Euro als Nachfolger, das IQ als Nachfolger der D-Mark. Der Chart geht bis 2017. Wenn wir uns die Korrelation zwischen Gold und Inflation in den letzten 50 Jahren anschauen, also auch die 70er Jahre mal einbeziehen, dann sehen wir unten blau dargestellt Gold, linke Skala in US-Dollar pro Feinunze und rechts dargestellt die Konsumentenpreisinflation. Und da sehen Sie das, als in den 70er Jahren in den zwei Ölkrisen das erste Mal die Inflation nach oben schoss, auch der Goldpreis nach oben schoss. Lassen Sie sich von der Skalierung nicht irritieren, das war eine Vervielfachung des Preises. Der Preis kam ja von 35 Dollar und schoss dann hier, also hat sich fast versiebenfacht. Und in der zweiten dann das Gleiche, wenn man das Ganze hier logarithmisch darstellt, dann würde das sozusagen noch deutlicher zum Ausdruck kommen. Aber Sie sehen, diese Korrelation habe ich hier grün mal schraffiert. Dann hatten wir eine Phase ab 2000, wo Alan Greenspan, der wörtlich mal gesagt hat, der größte Fehler, den wir in der Vergangenheit gemacht haben, war den Goldpreis nicht zu manipulieren, der aber sehr wohl um die Bedeutung des Goldes als Reservewährung, als Backup für das dollarzentrische Weltwährungssystem weiß und nach seiner Karriere als Notenbanker ganz anders über Gold gesprochen hat. Er hat die Zinsen massiv gesenkt, eine sehr laxe Geldpolitik vor dem Jahr 2000 gefahren, aus der Angst heraus, dass das Weltsystem zusammenfällt. Die jüngeren Zuschauer unter Ihnen können sich daran vielleicht nicht mehr erinnern, man dachte einfach, dass die Computer zusammenbrechen, wenn hier von 1999 auf Null umgeschaltet wird und die Computer damit mit diesem Null nicht umgehen können. Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Daraus ist dann die New Economy Blase at its best, die lief übrigens parallel dazu schon entstanden und die Hauspreisblase. Denn die Zinsen waren viel zu niedrig, die Geldmenge viel zu hoch im Vergleich zur umlaufenden Gütermenge und die steigenden Aktienpreise, die steigenden Immobilienpreise haben zu einer Wohlstandsillusion geführt. Sie sehen hier blau, dass die Inflation auch durchaus nach oben schoss und zwar bis zum Hochpunkt der Immobilienblase 2008, kurz bevor Lehman Brothers im September 2008 pleite ging, hatten wir schon mal Inflationsraten, die gingen so Richtung 4,5-5%. Aber Gold reagierte damals einfach aufgrund der relativ niedrigen Zinsen. Die Fed hatte die Zinsen auf 1% gesenkt, die Geldmengen hochgefahren. Geld spielte keine Rolle. Jeder Rapper zeigte sich in seinen Videos mit Kilo schweren Goldketten. Und der Euro wurde eingeführt, 1999 als Buchgeld, was auch etwas Unsicherheit zunächst schürte, vor allem bei den Deutschen. Also Gold profitierte aus verschiedenen Gründen. Dann kam der Crash der Immobilienblase. Da profitierte Gold als Kriseninvestment, weil man nicht wusste, was passiert mit dem gesamten Bankensystem. War ja so viel auch Kredit an diese, heute würde man sagen Einhörner, sozusagen als Risikokapital vergeben worden an die jungen Tech-Unternehmen. Viele haben es nicht überlebt, Thema Gigabel und Konsorten. Und dann kam, weil die Zinsen dann erneut gesenkt wurden, um die Folgen der New Economy Blase aufzufangen, kam es zur Immobilienblase. Wieder eine systemische Krise. Lehman Brothers, andere Banken, deutsche Banken, IKB Bank und so weiter waren involviert. Mit IGF, der große amerikanische Versicherer, den hätte es beinahe, AIG, Entschuldigung, AIG, große amerikanische Versicherung, das Konzern, hätte es fast zerlegt. Und damit das gesamte Weltfinanzsystem, daraufhin ist Gold gestiegen, obwohl die Inflation nicht viel. Das heißt, Gold steigt auch, wenn das System an sich in einer Krise sich befindet und das Bankensystem zu kollabieren droht. Jetzt sehen wir wieder, Inflation steigt mit dem Goldpreis, wobei der Goldpreis hier, das haben wir gerade schon gesehen, ist in den Jahren 2019 und 2020 schon zweistellig angestiegen. Und er macht auch jetzt nicht den Eindruck, als würde er einbrechen wollen, nachdem in Amerika in dieser Woche Inflationsdaten offizielle von 7% vermeldet wurden. Und die amerikanische Notenbank sich anschickt jetzt, oh Wunder, vier Zinserhöhungen dieses Jahr zu planen. Vier Zinserhöhungen auf 25 Basispunkte bedeutet Ende des Jahres 1,25%. Der Realzins ist nach wie vor historisch niedrig und die Menschen begreifen langsam, die FED kann gar nicht mehr die Inflation bekämpfen. Im Schneckentempo, ja es ist so, als ob die Inflation ein Ferrari auf Vollgas ist und die FED im Schneckentempo hinterher schon drei Runden im Rückstand. Und das fängt langsam an, auch den Menschen aufzufallen. Und deshalb diese Reaktion. Wenn man sich generell anschaut, die Kaufkraft des Euro gegenüber Gold, um zurückzukommen zu der These von Mohamed Al-Halinka, muss man sagen, naja, also wenn man sich die Kaufkraft des Euro und Gold anschaut, dann ist die minus 83,5% seit Einführung als Buchgeld wohlgemerkt, als effektives Geld wurde der Euro ja 2001 eingeführt, minus 83,5%. Nun könnte man sagen, es gab ja auch noch Zinsen in früheren Zeiten. Okay, dann haben die Kollegen von Degussa das auch mal mit einberechnet und haben festgestellt, dass Kaufkraft mit einer Verzinsung, mit einer ganz normalen Kontoverzinsung, trotzdem die dunkle Linie noch 76% der Euro gegenüber dem Gold verloren hat. Also wenn Inflation, wenn Teuerung bedeutet Kaufkraftverlust, sehr geehrter Herr Halinka, ich kenne Sie nicht persönlich, aber die Fakten sprechen hier eine eindeutige Sprache, Gold schützt vor Kaufkraftverlust, allgemein sprech Inflation. Ja, das gilt übrigens nicht nur für den Euro, sondern hier mal dargestellt seit der Millennium-Wende für die großen Währungen, also Major Currencies plus indische Rubia plus den russischen Rubel plus den chinesischen Yuan respektive Jemimbi, obwohl man den schon zu den Major Currencies dazuführen kann. Überall das gleiche Bild, Sie verlieren gegen Gold. Gold schützt vor dem Verlust der Kaufkraft der Fiat-Währung. Wenn wir es uns mal ganz langfristig anschauen, also so 16. Jahrhundert, da war es so, dass der offizielle Wert von 1000 britischem Pfund einem Äquivalent von einer und zu Gold entgegengesetzt wurde und der Chart geht von 1550 bis 2017. Und ich glaube, seit der Loslösung, also seitdem das Empire sich aufgelöst hat, erst das eine und irgendwann vielleicht auch das andere, jedenfalls seit der Loslösung des Goldes vom US-Dollar, hat sich der Goldpreis hier massiv abwärts bewegt. Das war auch vorher schon der Fall. Also man sieht der Goldstandard, den ich jetzt nicht unbedingt zu dem Idealsystem für eine Ökonomie erheben will. Aber es ist halt sichtbar, dass Gold eindeutig auch gegen den Wertverlust der damaligen Imperialwährung Pfund sehr, sehr gut geschützt hat. Also diese Fakten sind eindeutig, ja, Fakt, ganz klar. Und wenn wir uns hier den Chart, hatte ich schon mal gezeigt, anschauen, den Zusammenhang zwischen den Anlageklassen und der Inflation und wir schauen uns mal an, was denn der Herr Linker hier gesagt hat. Er sagt, am besten schützen, den Artikel werde ich Ihnen noch verlinken, Aktien, sagt er. Er schreibt in den Artikel, Aktien schützen am besten. Vermutlich liegt es auch daran, dass er etwas kompromittiert ist durch das Geschäftsmodell seines Arbeitgebers. Das ist aber völlig in Ordnung, ist ja bei mir nicht anders. Sie wissen, dass ich auch für Gold, die ihr und andere arbeite, die dem Gold zugetan sind. Bin ich auch ganz offen, ganz transparent, aber aus absoluter Überzeugung. Ich habe auch nichts gegen Aktien als Inflationsschutz. Nur der beste Inflationsschutz, das sehen Sie hier, bei hoher Inflation und steigender Inflation ist und bleibt Gold und eben nicht Aktien. Deshalb breites Portfolio, Beimischung, Gold mit rein. Haben Sie keine Drittparteienrisiko, keine Kontrahentenrisiken mit drin. Und das ist das Besondere bei Gold, keine Kontrahentenrisiken. Wenn Sie eine Immobilie besitzen und die selbst bewohnen, ist das noch was anderes. Da sind Sie lediglich konfrontiert mit den dadurch steigenden Kosten für Wartung, Heizung, für sonstige Abgaben und so weiter und so fort, für Dämmvorschriften. Aber wenn Sie Miete haben, dann wissen Sie ganz genau, was ein Kontrahentenrisiko ist. Das haben Sie bei Gold nicht. Und solange mehr als die Hälfte der menschlichen Bevölkerung aus Frauen besteht, wird Gold immer einen Wert haben, glaube ich. Wenn Sie eine Freundin haben, fragen Sie die mal, ob sie Gold möchte oder lieber eine Aktie von Beate Use als effektives Stück. Ich glaube, da ist die Frage, die Antwort sehr schnell gefunden ist, würde auf den Ring hinauslaufen. Und genauso war es auch, wenn Sie sich mal anschauen, entgegen der Rendite des Goldes haben sich die gerade Privatanleger massiv für Gold entschieden. Ich habe Ihnen hier mal gezeigt, die Verkäufer der US Mint, und zwar die Eagle Gold Unzen. Das sind dabei die 1 Unzen, die Viertel Unzen, die Zehntel Unzen und die Halben Unzen. Alle zusammen kumuliert als eine Unze sozusagen. Das sind 35 Tonnen, die dieses Jahr verkauft wurden. Das war der zweithöchste Stand seit der Finanzkrise 2009. Nur höher war es noch im Jahr 1999. Damals hatte man das Prägejahr 2000 aufgedruckt, und das war für Sammler und für Laien natürlich attraktiv. Im Folgejahr, im Jahr 2000, hat man dann das Prägejahr 2001 drauf geprägt. Da gab es dann die niedrigsten Verkäufe der Gold Eagles, der US Mint, übrigens eine staatliche Münzbrägeranstalt. Aber jetzt die zweithöchsten, also wenn das keine klare Sprache spricht, die Renditen 2019, die Goldrenditen 2020, die Absätze, die wir jetzt sehen beim Gold und die Stabilisierung beim Gold. Wenn, und das ist ja das, was den Goldpreismoment bremst, das Narrativ eines temporären Inflationsanstiegs und das Narrativ einer jetzt hart durchgreifenden Notenbank, das will ich gerade mal bei der EZB in Realität sehen. Wenn diese Narrative sich widerlegt haben, dann werden Sie sehen, dass Gold ja auch weiterhin nach oben geht. Nur an einem Jahr das festzumachen, nur an der Rendite und nicht an der physischen Nachfrage. Ich habe ja mit dem letzten Video auch noch die Nachfrage der supranationalen Institutionen wie Weltbank, IWF und auch der Staaten gezeigt. Auch da geht es nach oben in diesem Jahr. Also ich denke, das ist ganz klar zu widerlegen anhand der Fakten. Denn was die Menschen nicht nochmal möchten, und das ist im gesellschaftlichen Gedächtnis nach wie vor vorhanden, ist das hier. Jetzt könnte man sagen, das ist ja wirklich alles sehr weit weg, aber schauen Sie mal an, mit welchen Summen, mit welchen Größen heutzutage Zentralbänker, Politiker, ob Geld- oder Fiskalpolitiker, jonglieren. Also unter Billionen ist ja ein Programm schon gar nicht mehr effektiv. Und hier steht Milliarde drauf. Die Milliarde läuft ja heute unter Peanuts mittlerweile. Insofern lassen Sie sich nicht irre machen. Der Goldpreis ist nicht so schlecht, wie er geredet wird. Aber es war klar, dass diese Artikel kommen. Ich wollte kurz dazu Stellung nehmen und hier den Reality-Check machen. Und für die Mitglieder unter Ihnen noch kurz der Hinweis, es kommen ja jetzt die aktuellen Quartalszahlen rein. Es kam schon aus Cisco Hegler-Meining, habe ich mir angeschaut. Für die Mitglieder gibt es dann auch wieder im entsprechenden Bereich Informationen zu den Quartalsergebnissen, respektive zu den Jahresergebnissen. Also erst kommen ja immer die Produktionsdaten und dann die Finanzdaten. Aber eben auch die Ausblicke und auch, wenn ich die Zeit dazu finde, das kann noch etwas dauern, auch wieder einzelne Minenportraits zu Aktien, die wir neu aufnehmen in unsere Portfolios. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Hannes Zipfel.